Hallo und herzlich willkommen zu B2Fekt. Ich bin heute auf die Wurme. Mal wieder, weil beim Herbstraum noch Punkte brauchen wir nicht mehr. Und dann können wir spielen, die Wurme auf die Wurme. Ich bin heute auf die Wurme. Ich bin heute auf die Wurme. Ich bin so schön. Oh, 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 oh. Okay, ich bin so schön, ich bin so schön. Ich bin so schön. Oh, ich bin so schön. Ich bin so schön. Und ... ... ... ... ... ... Was? das kann ja die Okay, ich bin jetzt hier mit dem Teil. Wow. Und. Okay, auf dem Platz immer. Ah. 2, 2, 3 Azim die Gartüme zeigen nur hier. Ne. Was ist jetzt? Ne, das ist noch ein paar. Das ist eine Scheibe. Ah, egal. doch doch das gibt es doch nicht ich nehme mir auch Komm her! Komm her! Wo? Das ist der Beiner. Schieb da oben. Boah, war das? Nein! Alle guten Dinger sind frei. So. Abspray sind die Schäne im Endeffekt geschnitten habe. Ich will die Münze ab. Gib mir die Münze. So. Der rote Wurm ist hier auf Ruhe. So ist aber nicht so. Was? Wo? 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 Nein! Okay, alle guten Dinge sind hier zu vier. Die zwei drei sind hier zu vier. Naja, das tut mir auch. Das ist ein bisschen weg. Das ist ein bisschen weg. Das war auch ein bisschen weg. Und das ist ein bisschen weg. Und das ist ein bisschen weg. Auch immer. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe jetzt nicht geschafft. Jetzt sind wir mal fünf. Wir sind hier. Wir sind hier nicht weg. Das ist ein bisschen weg. Wirklich? Das weiß ich nicht. Ich bin hier nicht weg. Frau, Frau. Nein. Ich habe alle zwei. Ich kann zum Beispiel die Internet-Systeme nicht aufnehmen, weil es im Spiel ist, ist das scheiße. Man braucht sich sogar immer ein schnelleres Internet, die anwalt und nicht mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich bin hier, ich bin hier. Nein, nein, nein. Was ist das? Was ist was Neues? Was zweit ist? Das probiere ich jetzt einmal aus. Wir haben alle. Man muss den Lenken. Oh, okay, that was... Oh, okay, that was... Let me see another photo. Okay, das spielt noch mal ein bisschen mehr und dann die Munition erst mal holen hier Nein, nein So, da ist die neue Waffe 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 Das war's für heute. Ja, wieder hochkalt! So, das haben wir jetzt nicht wieder zu drühen. So, warte mal, jetzt wird ich hier mal fest. Okay, so, das war's für heute. Jetzt wir mal, weil ich das Spiel an die Zeit auch spiele. Ich glaube, ich nenne den Ort. Und ich werde euch dann da immer zeigen, wie es geht. Und ich kann euch da mal kurz sagen, wie es geht. Okay, damit wir mal kurz warten. Und ich finde jetzt mal die Titel.